Sebastian Rohde steht im Fokus. Mal wieder. Denn die Spekulationen haben ein Ende. Der 23-Jährige wechselt im Sommer 2014 ablösefrei von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern München. So zumindest lässt sich Eintracht Frankfurts Vorstandsvorsitzender Heribert Bruchhagen in der Frankfurter Rundschau zitieren. Der Wechsel sei bereits seit neun Monaten klar, so der Boss der Eintracht. Schon seit geraumer Zeit wurde über einen Transfer zum Triple-Gewinner aus München spekuliert. Rohde, seines Zeichens defensiver Mittelfeldspieler, kommt auf 103 Pflichtspiele für die Frankfurter und erzielte dabei fünf Treffer. Der FC Bayern hat sich bisher zu dem Thema nicht geäußert.